Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einem weiteren Hot-to-Scout-Video in InaSumma11.2 für Eichsturm. Eichsturm! Ja, äh, schlechte Nachrichten. Ich habe versucht, Torch anzuwerben. Das werdet ihr leider nicht sehen. Eigentlich sollte Torch nämlich zu diesem Zeitpunkt kommen. Aber Torch-Mannschaft gerade ist einfach mega strong. Dafür habe ich mich dann entschieden, einen anderen Sturm erstmal mitzunehmen. Ähm, ja, Gazelle war tatsächlich mit dem Eichsturm-Team natürlich viel einfacher, weil die stärker waren. Ähm, ja. Es hat einfach nicht ausgereicht, Axel, selbst Frost auf Stufe 61 irgendwas anzuhaben. Die haben irgendwie meine Bälle immer weggeschlagen, immer gehalten, auf Full-Power mit Feuersturm. Äh, ich glaube, ich muss Level 70, 80 sein, damit ich Torch anwerben kann. Das ist schon extrem krank. Ich habe es mehrfach versucht jetzt, äh, über eine Stunde und jetzt reicht es mir. Ganz ehrlich, wir werden uns jetzt einen anderen, ähm, Stürmer jetzt erstmal raussuchen. Ähm, ja. Torch will ich leider nicht. Kann ich leider nicht. Den werde ich auf jeden Fall noch holen. Ähm, ja. Ich muss mal schauen, wie ich das anstelle. Ganz ehrlich, das wird vielleicht ein bisschen dauern, bis ich auf dem Level bin. Das ist echt eine Frechheit, muss man sagen. Ich habe echt Probleme gehabt. Selbst dieser normale Dude, der im Tor steht, hat einfach gehalten. Das ist nichts fair. Und ich hau damit einen Excel-Feuersturm rein, L2, und das juckt den nicht. Nö, ach, ich fang den einfach mal. Äh, keine Chance. Äh, dafür holen wir uns Neptun. Ähm, vielleicht habe ich dann beste Chance, wenn ich die irgendwie geklau oder so. Keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Ähm, ich habe ein Tor geschafft. Tatsächlich nur, und ich muss aber drei Tore schaffen. Äh, und dann habe ich direkt ein schnellen Gegentor bekommen, und dann war es das auch wieder. Also, äh, das ist so krass gewesen. So krank gewesen. Gut. Das dazu, das heißt, Torch wird noch kommen. Ich überlege tatsächlich, irgendeine Außenseite hier, ähm, auf, ja, 99 zu boosten. Beziehungsweise, ich habe hier einen 99er. Äh, und versuche, ja, let's change, naja, vielleicht irgendjemand anders, der ein bisschen, äh, irgendwas hat's. Ähm, ja, ansonsten habe ich keine Chance. Ich will ja einfach nur Torch anwerben, mehr brauche ich ja nicht. Ähm, deswegen muss ich mal gucken. Guck, Schusskraft ist 60. Vielleicht irgendein hier, irgendein No-Name vielleicht, ähm, einfach mal hochpusten, äh, so, dass ich Torch anwerben kann. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Oder ich muss so lange warten, bis Excel oder so, äh, ready sind. Und wir müssen wieder zurück nach Fuji-Wald. Denn dort, äh, gibt's den natürlich. Und, äh, ich blende mal hier die Karte ein, wo er zu finden ist, der Neptun. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt, ihn zu holen. Das wäre echt lächerhaft hier. Ja, gut. Schauen wir mal. Der ist eben, der ist halt auch auf der rechten Seite. Also, Grants war schon eine Hausnummer für sich. Da habe ich es aber trotzdem noch geschafft, mal auch Tor reinzukriegen. War auch schwierig, habe ich auch mehrere Versuche gebraucht. Aber bei Torch habe ich bestimmt 10, 15 Versuche gebraucht. Ich, ich habe versucht sogar noch aus meinen Eichsturm irgendwie Excel oder Frost rüberzutauschen eben. Äh, ja, leider sind die nicht tauschbar. Dann hätte ich einfach mal den Level 71er Excel rübergetauscht. Naja, gut. Es hat nichts funktioniert. Das heißt, ich muss mit dem Team Level auf jeden Fall nochmal ansteigern. Oder ich versuche es halt dann mit dem Level 99er Charter so. Mal gucken. Vielleicht habt, vielleicht sagt ihr, ja, ist okay. Ich will nur wissen, wie man Torch anwerbt. Mehr will ich gar nicht wissen. Dann der Rest, wie du es machst, ist mir egal. Ich bin mal gespannt. Aber gut, holen wir uns erstmal jetzt einen anderen Stürmer von Prominenz. Warum bin ich hier? Warum erinnere ich mich an nichts? Huch, kenne ich dich vielleicht? Hm, ach ja. Waren wir mal, waren wir nicht mal Gegner? Doch, ganz bestimmt. Vielleicht kommt meine Erinnerung wieder, wenn ich euch besiege. Tut mir leid, aber jetzt geht es euch an den Kragen. Oh, einen Moment lang dachte ich, ich hätte meine Erinnerung wieder geholt. Wenn ich Fußball spiele, dann ist es, als ob sich etwas in mir verändern würde. Ich frage mich, was das bedeuten könnte. Bitte lasst mich mit euch zusammen Fußball spielen, dass ich meine Erinnerung wieder habe. Komm mit, komm mit, Neptun. Komm mit. Gut, ähm, ja, der war natürlich wesentlich einfacher zu besorgen. Ähm, ja. Ja, ich werde, ja, ich bin mal auf eure Kommentare gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, ähm, mache ich das einfach und dann werden wir nächste Woche Torch an, äh, holen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Gut, dann, ähm, ja. Sehen wir uns hoffentlich dann beim nächsten Spieler. Ja, und vergisst nicht auch für, für Innersum Eleven 3, die erste Mannschaft, Big Raves, schon mal Spieler reinzuschreiben, damit ich mich schon mal da vorbereiten kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Spieler wieder. Also, bis, ne, beziehungsweise, wenn es euch natürlich hier geholfen, gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Spieler. Also, bis dann.